Dies ist ein Hörerlebnis von Goya Libre aus dem Hause Jumbo Neue Medien und Verlag GmbH. Der sanfte Rebell Jesus hielt sich die meiste Zeit in Galiläa auf. Nur ab und zu verließ er diese Gegend. Wie oft er in Jerusalem war, darüber gibt es unterschiedliche Angaben. Nach den Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas, die man wegen ihrer Ähnlichkeit Synoptiker nennt, war Jesus nur einmal in der jüdischen Hauptstadt. Der Evangelist Johannes, der sich von den Synoptikern inhaltlich erheblich unterscheidet, berichtet von mehreren Jerusalem-Besuchen. Ein Ereignis, das sich im Tempel zu Jerusalem abspielte, wird allerdings in allen vier Evangelien geschildert. Dieser Zwischenfall zeigt Jesus von einer ganz anderen Seite. Der äußere Rahmen ist das Passafest in Jerusalem, zu dem jedes Jahr tausende von Pilgern in die Stadt strömen. Als Jesus den riesigen Vorhof des Tempels betritt, sieht er die Tische und Stände der Geldwechsler und die Käfige und Verschläge mit den Tauben und Schafen, die als Opfertiere verkauft werden. Beim Anblick dieser heiligen Geschäftemacherei packt Jesus der Zorn. Er stößt die Tische, Hocker und Käfige um, schlägt mit einem Strick auf die Geldwechsler und Verkäufer ein und schreit sie an, dass sie von hier verschwinden sollen, denn sie hätten aus dem Haus seines Vaters eine Räuberhöhle und ein Kaufhaus gemacht. Dieser Wutanfall sorgt natürlich für Aufsehen. Die Tempelpolizei greift sofort ein und Jesus wird von den Vorstehern der Juden zur Rede gestellt. Brech diesen Tempel ab und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten, antwortet ihnen Jesus. Alle, die das hören, halten eine solche Voraussage natürlich für blanken Unsinn. Fast 50 Jahre hat man bisher am Tempel gebaut und dieser unbekannte Zimmermann aus Nazareth will ihn in drei Tagen errichten? Was für eine Anmaßung! Diese Szene bewahrt davor, Jesus nur als eine weiche, duldsame und liebe Gestalt zu sehen. Der Wutausbruch im Tempel zeigt, dass er auch zornig und kämpferisch sein konnte. Und das beweist wiederum, dass Jesus keine abgehobene Himmelsfigur war, sondern ein wahrer Mensch, der die ganze Bandbreite der menschlichen Gefühle kannte. Von der Trauer und Angst bis zu Freude, Zorn und Wut. Seine Verbundenheit mit Gott war total. Gleichzeitig war er ein wirklicher, geschichtlicher Mensch. Und zwar ohne die Möglichkeit, aus seinem menschlichen Schicksal auszubrechen und sich in ein Jenseits zu flüchten. Vielen Dank.